Ich bin Caroline Teska und ich bin Schauspielerin. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nie weiß, was ich machen soll. Beim Film und beim Theater gibt es ja immer einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. Da fühle ich mich sicher. Im Alltagsleben hatte ich das bisher nicht. Da musste ich immer alles selbst entscheiden. Aber seit Corona ist das anders. Jetzt bekomme ich auch im Privatleben immer ganz genau gesagt, was ich machen soll. Das finde ich super. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Corona-Maßnahmen nie aufhören. Bleiben Sie gesund. Und machen Sie, was Sie sollen. Alles gut?